Nee. Nee? Nee. Okay. Rüber zieh auf den... Doch, das seh ich. Das ist jetzt gerade rechts hinter uns halt. Jaja, aber es ist schwarz. Ja. Auf der Aufnahme auch. Was ist das? Bin das ich? Ja, genau. Sorry Papa. Ich glaub, jetzt hab ich's. Du hast es. Okay. Pass auf. Wer ist das? Das ist Jakob. Was? Jaja, das ist sein neuer Song. Pass auf. Ich will eigentlich nur wissen, ob du den Sound bei dir drüben auch hörst. Ich weiß nicht. Du hörst nichts. Also hört sie uns übers Mikrofon quasi. Aha. Ja, aber es ist ja nicht stimmt. Ich muss eigentlich nur das Video sehen, muss dich aufs Maul legen. Ja, genau. Ich kann mir das jetzt selber auf YouTube anhören. Ich hab hier doch eh kein YouTube an. Das ist ja voll geil mit deinem Bildschirm, ey. Schlafwandler. Aber mit zwei E, gell. Schlafwandler mit zwei E. Leer wie. Leer. Ja. Ja. Also bevor es weiter geht, hole ich mir Drehzeug. Ja. 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 Komm, mach mir ein bisschen Angst auf den Bildern. Ja, du musst bei Instagram Fotos sehen. Man sieht sogar seinen Arsch lang laufen. Ich hab kein Instagram. Echt jetzt. Hallo, ich bin Nimoki und ich starte heute ein Experiment. Und dafür lösche ich jetzt am 6. Oktober um 22 Uhr alles an Social Media, dass mich irgendwie auf dem Bildschirm ist. Löschen! Ja, krass. Der Typ traut sich, Alter. Ja, und den kaputt schnauzen. Ich muss den sammeln. Der Tisch kriegt um, ja. Mhm. Ja, fix. Dann hören wir es uns halt einfach zusammen an. Ich höre das auch. Wir hören das auf unserem Bildschirm und du hörst es auf deinem. Jetzt sehen Tutsch jetzt aber nicht mehr noch. Nee, nee. Okay. Hat er bei dir schon zum Sänger angefangen? Ich bin ja gar nicht zum Sänger. Achso, das. Achso. Okay. Der ist halt voll besoffen, das das erste Mal gehört und ich dachte so. Hä? Der hat doch singen wollen auf den Videos. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ich hab auch immer gedacht, dass Musikvideos auskommt. Ja, das ist halt schon ein krankes Solo. Ohne Gitarren-Lehrer. Mhm. Oder mit Niklas. Wie ist das denn? Ich glaub ich bin fertig. Ja? Ja. Ja, geil. Ja, fuck, ich wollte es halt irgendwie schon im Video haben, ich find das schon geil. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich hab auch ne neue Band, wo ich die Musik nehmen darf, pass auf. Aber ich hab letztens... Ey, ich bin der Ronny, ich bin der Sänger und spieg... Jo, Ronny, alter. Ich hab letztens mal irgendwo reingehört. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Ich glaub das war's. Das ist so strange, dass wir nicht wohnen zu sehen. Schon, gell? Ja, schade, die haben schon was drauf, gell? Ja. Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus, ich hör halt nix da. Ja schon. Da ist da ein bisschen Kräuter mit drin, in der Farbe. Das hab ich noch nie gemacht und das werd ich auch nie machen, wann. Einfach weil du auch ab und zu mal was von dem brauchst. Das ist mir grad erst bewusst geworden. Hä? Deine Suchzeile da. Mit Monikas oben. Echt? Ja. Das kann ich dir erklären, pass auf. Ich bin nämlich vorhin auf sein Account gegangen, weil wir... Nein! Hör mir zu! Guck mal vor, deine Hände dußen! Nein! Cebi und ich haben uns vorhin über Monikas unterhalten. Nein, 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 das ist das... Der hat nix mit denen zu tun, gell? Das ist er nicht. Das war der Ref. Ach so. Ach so, schade. Aber er war das. Das sind zwei verschiedene Refs, von denen wir reden. Naja, und der andere Ref, der Skater-Ref, der Rechenhaller-Skater-Ref, das ist mit ihm in einer Band. Ja, fix. Dann hab ich die verwechselt. Mit dem Joschka. Ja, krass. Okay. Die Band hab ich letztens auch ge... Ja, genau. Glorgenbayer, genau. Genau. Da hab ich letztens auch gesehen. Krieg mal da auf den... Da, schau. Das ist der. Der Ref ist das. Ach so, Niklas ist auch dabei. Und Rorschach ist der andere Ref. Das ist der Skater-Ref. Das ist der Ref, den ich kenne. Ja, genau. Fix. Was? Ich hab da noch was gespeichert, was ich beim nächsten Video zeigen wollte. Bei gespeichert vielleicht. Irgendwas letztes gesehen. Das ist mein Lieblingszitat. Der war nice, alter. Der war so nice. Oh, ich liebe den Trick. Ja schon. Aber ich hab da noch irgendwo was gespeichert gehabt. Das bin auch ich, oder? Das ist da unten, das Hochzeitsbild. Ja, der olde Dude, genau. Und jetzt haut der voll raus. Ja, wer die hier noch organisiert, organisiere ich dabei auch noch. Das sind eigentlich schon mittendrin. Das sind eigentlich so die Sequenzen, wo ich das Video starten wollte. Das ist so, keine Ahnung, das ist so ein Feeling, dass der für mich ausstrahlt. Der hat bestes Fingerbord als ich. Boah, das wär geil. Das hab ich sogar auf der Spot-Seite irgendwo. Genau das Bild. Ja. Sieht man mich rein? Wunderschön. Sieht man mich? Den Anfang kenn ich ja schon. Ja, ja. Den Anfang, den hab ich noch zusammen gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Aber wie fandest du das Jungstar. Das musst du mir schon lassen? Ja, keine Ahnung. Ich wollte halt das Video auf Instagram stellen und die Reaction auf YouTube. Das musst du dir merken. Nicht stellen. Und ihr merkt, das beschreibt so ungefähr das komplette letzte halbe Jahr, was ich durch hatte. Ohne Scheiß. Schau's dir an. Jetzt pass auf. Der guckt, Alter. Richtig faszinierend. So ein D****. Da ist meine Cousine im Hintergrund. Der war das, unsere Cousine. Ja, ja, unsere Cousine. Ist das das vom Intro? Ne, das ist ein anderes. Du hast dich öfters gemault. Mich hat es echt oft gemault. Aber beim ersten Mal hast du dich schon abgerollt, da hast du dich schon gefangen. Ja schon. Bei der Disrail ist das ja uralt. Das sind auch so viele Videos vom Spot dabei. Das haben doch nicht gebaut oder Disrail, oder? Das haben wir gebaut. Ich glaube, wir haben das ganze Testring echt unterhalten. Schon allein, dass ich da reingefahren bin und erst mal geflärt habe, ey, ich bin Corona-Positiv. Ja, das war schon geil. Sie hat sich so umgedreht. Ey, soll ich jetzt sagen, dass ich positiv bin? Dann schaut sie so aus dem Fenster raus. Hallo, ich wollte nur sagen, dass ich positiv bin. Das Geile dran ist halt, dass du das Video erst siehst, wenn ich es fertig geschnitten und hochgeladen habe. Mit Sound. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Bitte, Fabio. Lass mich nicht am Ende so dastehen, dass ich kein ganz wertes Gerät habe. Ich bin ein liebenswertes Wesen, merkt euch das, Freunde. Gibt mir das noch mal kurz an, Tom, geht das? Ja, fix. Wie? Wie? Das ist Flo. Was ist das? Flo. Flo. Ah, dunkel. Ja, ja. Und Jules. Da habe ich mir das Bord voll gegen das Schienbein gerammt. Das hat echt wehgetan. Ja, genau. Die Socken. Ich brauche unbedingt noch Socken von deiner Oma, ohne Scheiß. Das sind Socken von der Kollegin von meiner Mom. Dann brauche ich Socken von der Kollegin von deiner Mom. Das war ganz am Anfang, da konnte ich noch gar nichts. Solip-mäßig. Ja, ich kann allgemein nichts, was das betrifft. Ja, es sollte halt ein 540 werden. Oder 720. Das ist voll okay. Portal, Gott. Wie gut die geworden ist. Das ist halt ein Video, wo ich zufällig gefilmt habe, wo ich zufällig gefilmt habe, weil ich zufällig einen Fall auf die Britte legst. Ja, genau. Ich finde es immer wieder so schön, Touristen im Hintergrund zu beobachten, wenn man am Spot zum Video sieht. Ja, schon, gell? Ja. Da noch mehr Touristen da hinten bleibt, die man stehen, um das Altglas zu entfernen. Ja, genau. Da habe ich mich sogar noch geschafft. Da hatte ich die Schnauze voll, Alter. Das war's. Achso, gestandene Videos. Sag mal, hörst du mir eigentlich gar nicht zu, Alter? Ja, ich meine davon die gestandene. Achso, ja fix. Da hatte ich ein, zwei gestandene dabei. Ja, genau. Ja, genau. Das habe ich letztens erst geschnitten. Und das sind halt jetzt noch Ferials. Soll ich den Schwefel beim Kurhaus da oben geschafft? Mhm. Please subscribe, Alter. Please. Okay. Ich danke. Vielen Dank.